Na, seid ihr ready für ein bisschen Salz? Willkommen wieder zurück zu Mario Party für die N64 Joa, jetzt heißt es den vergrabenen Schatz finden Na ja, klar, dass er wieder bei den NPCs ist Und Peach is so lost WTF Wird das mein Comeback? Ich hoffe, ja Jetzt darf ich wieder aussuchen Ich will den roten Vielleicht kann mir Miracle helfen, ehrlich gesagt Okay, Donkey Kong verliert drei Münzen Oh, Peach muss aussetzen Okay, Yoshi gönnt sich eine 7 Und wir spielen wieder direkt das nächste Minispiel Und wir spielen Chaos Bowling Schon wieder? Ich hoffe, ich hoffe, Dika geht auf Yoshi Okay, ich habe die beste Position Ich bin vorbei Ich bin gedocht, zum Glück Okay Eine 8 Okay Also, Münstern Wird wahrscheinlich nichts mehr Oder diese Partie wäre generell gar nichts mehr Das Einzige, was ich hoffen kann, ist, dass ich die ganzen Sterne stehlen kann Will es ausschneiden Will es ausschneiden Uff Ah, das ist Da muss man genau kontrollieren Steuern Schneide die versteinerten Figuren Aus Benutze den Stick, um dich zu bewegen Und an der Linie entlang zu schneiden Bewegen Schneide so exakt aus, wie du kannst Wenn du genau auf der Linie bleibst, hast du den meisten Punkte Ich bin so schlecht in Ausschneiden Wow Ich habe schon wieder Auf den Faust und Charakter geschaut Komplett los, der Junge Ja Ich sage es einfach wieder Ich werde TK Oh Mann Das ist ein bisschen zu spät Ich weiß, ich bin Ich bin ein Idiot Aber Dass das jetzt so schlimm wird Hat dich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet Ach komm, hier geht's zur Pause Da gehörst du hin Natürlich darf er Zu tot gehen Oh nein Sei ein Mitglied der Big Ben Dirigiere mit dem Spiele mit einem Instrument Bleibe da beim Rhythmus Okay Ist jetzt ein Rhythmusspielchen Star 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 und Okay Ich glaube ich habe gut gecharactert denke ich Okay Okay Drei Münzen auf Ehre Okay Okay Peach gibt es nicht ein paar Coins Yoshi der Lost Boy Ich habe nichts auf die Reihe gekriegt Okay Skateboard Fieber Das ist wieder Dieses Fluchtlevel Okay Let's go Ich muss auf Mario schauen Ich muss auf Mario schauen Und da ist es passiert Wenn du einmal aus dem Rhythmus bist Hast du verloren Ich hätte einfach nicht zu Creed sein dürfen Aber ich habe den Münster bekommen Das ist schon mal einiges wert Glück kann ich wirklich sehr gut gebrauchen jetzt Aber das Spiel will es mir nicht gönnen Es spielen wir mir nichts gönnen Diese wissen ganz genau welches an dem richtigen ist Okay. Und... Minispiele. Ich spiele ein explosiver Bob-Ompf. Ich spiele den Bob-Ompf mit jemandem weiter bevor er explodiert. Okay. Ich spiele die Heatshot. Okay. Ich spiele die Heatshot. Huuh! Heatshot verloren! keine zehn kann ich nicht gut heißen aber ich darf ich darf pflanzen aber es wird erst ein stern also ich bin leider rip ich bin leider rip außer ich lande auf mir hatte und sternen tauschen mit indiker war kommt schon ich habe nicht so viel glück was ist auf sie Okay. Ich drehe doch die ganze Zeit im Kreis. Ja, das ist... Dieses Minispiele ist zu seltsam. Okay, eins auf Ehre. Komm schon. Oh, Peach, please. Ich hoffe, Yoshi landet auf meine Pflanzenfresser. Ich muss das Mund prügeln. Das war ja das, wo der Gegner im Bausekostüm steckte. Okay. Ich habe schon wieder auf die Gäste geschaut. Ja, genau. Wo fliegen diese... Meiner, 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 meiner. Was? 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 Ich habe nichts bekommen. Was? 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 Das gewinn ich nie im Leben. Wann müsste ein Wunder geschehen, wenn ich das gewinnen sollte. Wasser Ah, ich muss wieder diese Steinpfähle reinhauen Okay Das ist leicht zu merken Und ich sage GG Okay, Cooper Wie wäre es, wenn du mir erklärst Wie ich das hier noch gewinne Das will ich jetzt aber wissen Was? Ich kriege einen Stern Okay, ich wäre gerade ein bisschen supported Trotz diesem miesen Staates Trotz des miesen Staates Der Schatztaucher Das hatten wir noch gar nicht Taugertiefe Dopp und Berge Die Schatzterung vom Meeresgrund Drücker, um zu tauchen Bewegen Ach, schwemmisch Du Schlucksmasser Wenn du zu lange unten bleibst Dann auf dem Luft zu holen Okay Ja ich gönne mir die truhe nein verdammt aber ich glaube ich habe ziemlich viel abgeräumt ich glaube ich habe die ganzen großen tun alter wenn ich das gewinne fressigen wesen es ist okay Die gegönnt sich jetzt 20 Coins Neun Die wissen sowieso welcher der richtige Samen ist Oha Peach hat Peach hat den falschen Samen erwischt Peach hat den falschen Samen Peach hat den falschen Samen Peach hat den falschen Samen Okay. Kim ist gerade. Ein Drittel der angezeigten Münzen. Ich könnte halt echt Münzen gebrauchen. Es tut mir leid, D.K. Das ist so dumm. Warum habe ich die Tiotas probiert? Und ich dachte, die Tiotas würden eine Länge halten. Wenn es jetzt die letzten paar Runden sind, kann ich ja erst noch in ein paar reinquetschen. Ich bin immer noch Dritter. Ich hoffe, wirklich auf das Mirakelfeld. Was ist Grimassen? Okay, das haben wir schon mal als erstes gespielt. Oh Gott. Ich bin tatsächlich relativ zufrieden. Ich bin immer noch zufrieden. Ich glaube, es sieht am besten aus. Nicht ganz zu ne Prozent, aber... Ja. Es sah wirklich sehr perfekt aus. Oh, danke für den Kuchen. Ja, jetzt bin ich pleite. Es ist gelaufen. Es ist brett. Es ist brett. Außer jemand landet auf Mirakel, aber... Ich glaube, ich brauche mir keine falschen Hoffnung, mehr zu machen. Ja. Ja. Ja, das ist Rap. Fahnen, wie er war. Ich glaube, das war Pilz durcheinander. Das ist mit den bunten Pilzplattformen. Aber das sollten wir hinkriegen. Ja. 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 Warum san die alle so gut? Ja, dich ey. und der nächste ist und tschüss es war klar zeitpunkt Das war's für heute. Na 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 Ja, ich habe schon eine Eins. Ah, verdammt. Okay, dann spielst du eine schiefe Türme. Also, ich... Nein, ich gewinne das nicht. Das ist zu mir, der Gruppe, aber du hast dich geirrt. Ich kriege höchstens einen Bonus-Stern, also einen Minispiel-Stern, aber mehr kriege ich jetzt auch wieder nicht. Okay. Ich darf wieder ausschneiden. Okay, diesmal gucke ich habe jetzt diesen richtigen Charakter. Ah, nicht ganz perfekt. Was? Okay, aber ich glaube, jeder hat gewonnen. Erster Platz ist nicht drin. So, der Spielstern. Okay, dann bin ich vorletzter wahrscheinlich. Ja, ich bin vorletzter. Ja, die gesamte Party war komplett lost. Okay, ganz schlecht. Okay, ja. Und es gibt immer einen Opfer. Ja, ich kenn's dir, Yoshi, ich kenn's dir. Ich war einfach nur komplett lost. Das ist so flach, das ist ein bisschen unverständlich, aber naja. Was sein muss, muss sein. Und das ist Titlescreen, wenn Yoshi gewinnt. Schöner Screen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Und wir sehen uns beim nächsten Part mit dem nächsten Brett. Bis dann und tschau meine lieben Leute. Ciao.